Ja, einen wunderschönen guten Tag! Es scheint bei euch die Sonne genauso schön wie bei mir hier in Kaiserslautern. Was ja eigentlich gar nicht so geil ist. Weil, ja, Schritt 2 der Wetter wäre wahrscheinlich besser. Aber ja, heute scheint die Sonne. Was wünsche Mare? Ja, hier bin ich. Ja, Servus Gun Shooter. Ich sehe, dass er wieder von Anfang an dabei ist heute. Dennis ist auch natürlich da. Pfalz Kind Mod ist da. Ja, Dennis Wolf ist auch da. Nee, Aufstellung ist natürlich noch nicht da. Wie geht's euch? Katles Koch, Schönberg, Groß, Wagner, Ratinho, Buxforza, Marschall, Haristov. Unsere Aufstellung heute. Ich sitze gerade so tief, stelle ich fest. Hätte heute spät aber getauscht, dass ich das Spiel gucken kann. Thumbs up. Perfekt. Möchte ich einen neuen Mod vorstellen. Das ist der AB, den kennt ihr ja schon so vom Stream. Er wollte nach einem VIP-Batteln. Da habe ich kurzerhand entschieden, hey, hast nicht lieber Bock und vor allem Zeit, Mod bei mir zu sein. So, jetzt sehe ich gerade, dass die Babymütze von meinem Sohn gerade steht. Weil ich ja hier sitze an Tastatur und der Maus. Was für ein Gefühl hast du bei dem Spiel heute gegen die Arminia? Ich habe ein echt gutes Gefühl. Okay. Ragnar Jäger. Ja, Servus. Moin, ich habe gehört, dass König Otto die Aufstellung heute macht. Kappa. Ich glaube nicht. Marcel, hi. Schöne Grüße nach Sichelbach. Also, weil gefragt worden ist, was für ein Gefühl ich habe. Ihr habt immer die Möglichkeit, nicht nur wenn ihr hier seid, auf meine Webseite zu gehen. Niemals steigen wir ab. Du geiles Stück DNA. Lechthop steigt wie die Bahn am Montag und Dienstag. Am Montag und am Dienstag? Okay. Schlecht. Das 49-Euro-Ticket ist immer noch nicht aktiv. Habe ich am 30. April bestellt. Wir haben jetzt den 13. Mai. Sehr geil. 0,5ern? Da gebe ich dir recht. Also nochmal von vorne auf meiner Webseite könnt ihr immer sehen, eine Stunde vor Streambeginn, was ich tippe. Einmal Ausrufezeichen TipAway in den Chat. Dann könnt ihr auch vorher schon mal gucken, habt ihr da schon eine Idee? Ich gehe mal rüber. Ich zeige euch das Ganze, was für eine Idee ich heute habe. So, also. Mein Tipp ist ein glattes 3-0. Hey, hey, nix gegen Regensburg. Wenn die morgen gewinnen, wer... Ja. Ja. Keinen Trophäenschrank haben oder keine Trophäen im Schrank haben? Wechselungsgefahr. Haben nicht mal den Schrank. Oh, wow. Reden wir nicht mehr drüber, was letztes Jahr noch war. So, was sagt ihr eigentlich zu den 25 Jahren Deutsch? Hör mal auf mit dem Thema. Wollen wir das jetzt wirklich anreißen? Das Meistertrikot? Wollen wir darüber wirklich sprechen? Komm doch her. Komm. Let's go. Schwab auf dich. Komm schon mal in die Palze. Wolfsblut-Rot-Weiß-Mahlzeit im fünften Monat. Vielen, vielen lieben Dank für deinen Sub im fünften Monat. Liebe, geht raus. Gang-Zeichen machen wir jetzt bald hier. Ist das so? Ganz ruhig. Ganz ruhig. Warum darf Hans nicht in die Stadt? Jetzt lassen wir doch mal die Stadt. Alter, was ist denn mit euch los? Habt ihr jetzt eilig oder was? Warum so nervös? Aber immer. Immer. Chillt euch. Wir verpassen nix. Wir sind do. Guck mal, Sky ist ja auch erst in zwölf Minuten am Start. Vier Minuten habe ich noch. Do renne ich noch de Betze hoch und wieder runter. Wie gewass? Hab ich irgendwas verpasst? Also ich mache das schneller. Ich bin dann zwar halt am Arsch wie Sau, weil du hoch und runter. Okay, kann ich dann quasi den Schwung mitnehmen. Aber 40 Minuten, das mache ich dann dreimal. Dann klicken wir mal rüber, dass Dennis zufrieden ist. Lute ist wieder im Tor. Willkommen zurück. Dann Tomiak Rapp, Zimmer, Klement von Anfang an. Sieh eine an. Was ist denn da los? Was laber ich du? Hast du überhaupt gelernt? Das klingt immer so, als würde ich den Coach in Frage stellen. Chillt euch. Ich finde, die Leute, also gehen wir mal wieder auf das Thema Facebook ein. Ich finde, die Leute haben schon irgendwo recht. Aber sie schießen ein bisschen übers Ziel hinaus. Schuss da raus. Aber wechsel das bei mir bitte nicht. Also nur, weil ich eine Sache in Frage stelle, hey, es ist nett, dass ich total unzufrieden mit unserem Trainer bin. Also. Beut, Mihus, Zug, Herrscher, Opoku, Bormut. Ich gucke jetzt nochmal auf die Ersatzbank. Karl, Redondo, Hanslik, Schad, Finning, Lobinger, Deprivill, Solinski, Straffridis. Was sagt ihr, Chat? Das Thema haben wir ja anscheinend in jedem Stream hier. Also ich sage, wenn Lute jetzt noch die Bälle fängt und nicht gefaustet und dann noch von dem Fuß von dem Gegner. Das klingt jetzt auch schon wieder so wie Lute raus. Nein. 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 Wir sind doch realistisch. Oder? Chat, was sagt ihr? Bayern-Wetzer-Heiß-Servus. Wie geht's? Grüß dich. 4-2-3-1. Ich hoffe, dass wir mit einem Sechser spielen und dass die Kommunikation trotzdem besser funktioniert als gegen Nürnberg, weil da hat er offensichtlich Tomiak ab und zu mal zu oft einen Ausflug gemacht. Ist auf dem Ballführenden drauf, wo Nihus eigentlich schon war und hat die Lücke aufgemacht. Ich hoffe, das passiert so nett. Dann kann nämlich Rapp und Klement ein richtig starkes Mittelfeld aufbauen. Deswegen hoffe ich, dass es ein 4-1-3-2... Bäh! Vielleicht mal. Jetzt kommt, wie es in meinem Video wieder... Brrrr. Wir räumen weiter. Ja, also ich darf ja mal mir was wünschen, oder? Tomiak, Zuck, Bormut und Zimmer. Das ist, glaube ich, in Stein gemeißelt. Dann vorne dran Nihus. So, dann haben wir 5. Dann Klement, Rapp. Dann sind wir bei 8. Opoku, Herrscher. Außen, ne? Und in der Mitte, Beut. Das wäre halt geil. Soll Schuster mal schreiben, dass du dir... Ja, let's go. Schreib ihn mal. Komm, Gott, Typ. Ja, ist halt nett. Muss ich Wasser saufen. Die Zeiten sind rum. Was soll das? Ich habe noch eine Bitte. Bevor es jetzt gleich losgeht mit dem Tip-Away. Das ist jetzt wirklich sehr wichtig. Erstens mal. Wenn ihr mir noch nicht auf YouTube folgt, dann drückt bitte mal den Abo-Button. Das kostet kein Geld. Das ist Punkt Nummer 1. Dann gibt es zwei neue Videos. Einmal die Kurzversion. Von dem neuesten Video. Da hätte ich gern ein Like. Und wenn es geht als Kommentar. Einfach nur von mir aus Teufels Emojis und ein Herzchen. Und beim zweiten Video bitte auch ein Like. Und genau dasselbe nochmal als Kommentar. Bitte. Das ist jetzt eine Sache von nette mal 30 Sekunden. Da geht noch ein bisschen was. Genau, da geht noch ein bisschen was. Kanal folgen. Und die Videos. Zumindest mal die letzten beiden. Einfach mal auf den Daumen hoch klicken. Und dann passt es. Ich habe mir dein letztes Video auf dem Hinweg angeschaut. War nice. Fally, herzlichen schönen Tag. Herzlichen schönen Tag. Das wird immer schlimmer. Geil, oder? Ich logge mich aber auch schon mal in meine Database ein. Wir können gerne anfangen mit euren Tipps, wenn wir möchten. Ich trage jetzt schon mal das 2 zu 1 vom Gun Shooter ein. Bayern Betze sagt 3 zu 0. Der ist genauso überzeugt wie ich. Fally sagt 3 zu 1. Wozniak, was geht ab? Dennis sagt auch 3 zu 1. Let's go. Betze 4, Arminia 0, sagt AB. Okay. Okay. Warte, wenn Toppers kommt mit Tipp. So, haben wir noch jemanden. Habe ich jemanden übersehen? 14 Zuschauer, 7 Tipps. Da geht noch ein bisschen was. Da ist mehr drin, Kollegen. 3 zu 2. 3 zu 2. Wir kriegen heute 2 Buden, sag Wozniak. Der Rest schläft anscheinend noch. Egal wer es war. Danke für den Kommentar auf YouTube. Das andere Video bitte auch noch. Also, wir haben 8 Tipps. 15 Zuschauer. Da geht noch was. Da ist mehr drin. Wolfsblut, Rot-Weiß. 3 zu 1. Let's go. Ich geh nur kurz kacken. Viel Erfolg, Pfalz-Kind-Mod. Und mein, Gott, mein Liebe, wir sind mein, mein Gott. Majestic, was war ich mit Majestic? So, 16 Zuschauer, 9 Tipps. Also, da ist wirklich noch was drin. Es war die Aufstellung da und ich hab's mir einfach nicht angeguckt. Ich hab nur auf Schuster geklotzt. Na, hallo erstmal. Ich Idiot. Uns fehlen noch Tipps. Ich werd's mir nicht bestellen, sorry. Also, erstes mal 80 Euro. Wie ein normales Trikot. Und dann, wie das aussieht. Hätt's jetzt 20, 25, vielleicht noch 30 Euro gekostet. Hätt ich drüber hinweg gesehen, wie es aussieht. Aber ich zahl garantiert ke 80 Euro für sowas nicht. Aber ich hab neuen Merch in meinem Shop, wer reinschauen möchte. Hat zwar nix mit 25 Jahre Meisterschaft zu tun. Aber ich hab die anderen Legenden drauf. Nur noch 8 Minuten, sorry. Bitte werdet noch eure Tipps los. Weil sonst ist es zu spät. Wir haben jetzt 17 Zuschauer. 10 Tipps. Wir haben immer noch die Diskrepanz von 7. Deshalb, haut eure Tipps raus. Und in der Zeit schauen wir mal auf die aktuellen Tabellensituationen beim Tip-Away. Wozniak immer noch mit 7 Punkten Abstand auf Platz 1. Direkt danach mit 33 Punkten kommt Dennis PS4 LMAA. Und dann Falli und Wolfsblut Rot-Weiß gleich auf auf Platz 3. Majestic, Angie und Kai. Das sind 3 Leute, die sich Platz 4 teilen. Jetzt geht's wirklich in die Endphase. Nutzt die Chance. Vielleicht kriegt ihr die 4 Punkte. Gar nicht so schlecht. Bin wieder da. Mein Tipp ist 3 zu 1. Angie, danke für dein Prime-Sub. 3 zu 1. Oh, FCK-Fan ist auch reingerutscht. Let's go. Hallo, mein Lieber. Ich bin wieder dabei, weil ich gesundheitliche Gründe habe. Nicht... Ah. Ich verneige mich vor eine der größten Sensationen, die dieses Spiel je hervorgebracht hat. Tippen, Leute. Tippen. Ah, da ist sie ja, die Majestic High. Ganz schnell tippen. Ganz schnell tippen. 3 Minuten noch. Majestic sagt auch 3 zu 1. Auf ein spannendes Spiel. Heimsieg. Der Klassiker unter den Tipps. 2 zu 1. Ist eingetragen. Ja, aber nicht mehr lang. Leute, Schiri hat die Pfeife in der Hand. Okay, die Meistermannschaft sortiert sich noch irgendwie. Spielen die mit. Fertig. Kann nicht mehr getippt werden. Schiri hat angepfiffen. Let's go. Überprüft eure Tipps, ob ich alles richtig gemacht habe. So, Bielefeld. So, Eckball für Bielefeld. Konzentration. Den hat Lute gut rausgekratzt. Was ist denn hier los? Was schlackabutt? Das kann man pfeifen. Muss man aber auch nicht. Weil ich muss zu sagen, Herrscher. Ich darf vielleicht ein bisschen zum Vergangeneheit. Okay, Boyd. I don't know what you're doing there. Versucht Aminias Spiel. Okay, nee, wolltest du ihn doch nach vorne. Ich habe gedacht, Aminias will jetzt erstmal das Spiel ruhig machen. Torwart knallt dann einfach irgendwo hin nach vorne. Fangen wir auch an, die Bälle nach vorne zu knallen. So, jetzt haben wir den Ball wieder, hoffe ich. So, Clemen. Jetzt mal Aufbauspiel. Da fehlte Kraus, ganz ehrlich. Kommt der Doppelpass? Nein, kommt nicht. Zimmer kann jetzt das Spiel mal ein bisschen aufbauen. Hat Platz. Ist keine Bewegung. Keine Bewegung, um ja irgendwas zu machen. Es muss auch Nihus wieder rückwärts. So, Opoku hat Platz. Was macht er? Boah, schön durchgeschlauch. Aber, ja. Man muss aber auch dazu sagen, also Opoku hat eine gute Idee gehabt, aber dass der Ball da durchkommt, damit hätte ich das auch nicht gerechnet. War ja auch noch abgefällig. Das heißt, er kommt noch nicht mal in den Laufweg von Beuth. Der Kopfball war stark. Wieder ein langer Ball von Arminia. Danke für die Info. Ah, schade. So, Clemen sucht sich Mitspieler. Ganz anders als alle anderen, dieser feine Fußballer. Da gibt es sich auch gar nichts. Der Clemen versucht da irgendwas, aber da ist einfach keine Bewegung. Er muss immer nach hinten spielen. Nix, Schuster, Opoku ist da. Abgefälschte Flanke. Clemen. Wieder eine Flanke in den 16er. Abgelegt. Der Zielspieler, Abschluss gelegt. Der Tor. Ui. Ein richtig ekelhafter Ball für Lute. So ein richtiger ekelhafter Ball. Dropkick. Aber egal. Also mein Ergebnis ist schon mal raus. Dieses Wort Wiederaufbaugegner kann ich nicht hören. Immer ruhig bleibe. Das Spiel ist 90 Minuten lang. Wir haben noch ganz viel Zeit. Aber das kann ja jetzt wieder einen Impuls setzen. Wie es halt immer so ist. So, Poku. Schön in den Lauf geköpfen. Ah, 11 Meter. 11 Meter. Der hat sich nicht mal fallen lassen. Der wollte ja noch zum Ball. Und dann zieht er ihm die Füße weg. Guck mal. Das ist doch ein Elfmeter. Das ist ein Elfmeter. Der wäre ja noch krank gekommen. Da kenne ich doch schon wieder. Das braucht ein Bär. Aber das mit dem potenziellen Elfmeterärgert mich jetzt schon ein bisschen. Weil Beuth wäre noch an den Ball gekommen. So, 18 Minuten sind rum. Spielerisch noch nicht viel gesehen. Trotzdem schon ein Gegentor. Ah, Stürmerfaul. Okay. Da müssen Sie sich bei dem Rutschen unterhalten. Vielleicht doch noch. Ich glaube, so Momente gibt es auch nur mit Beuth, oder? So ganz gechillt, oder? Im Rutschen noch so. Was soll ich machen? Schrolle ist auch. Herrscher macht mir ein bisschen Druck. Kutscht nach vorne geschoben haben. Kutscht aber weg. Klement läuft an. Besser so. Tomiak kutscht auch weg. Ist viel zu hoch. Gerade als Innenverteidiger. Scheiß Laufweg für ihn. Oh, Tomiak. Also in letzter Zeit bist du mir zu weit weg von deiner Position. Warum schießt der nicht? War mir Klick. Komm, kloppt das Ding. Nein! Oh, Luter! Was ist mit Tomiak los? Wo rennt denn der rum? Will der Sechser spielen, oder was? Und dann vor allem Handheben, anstatt sich zu konzentrieren. Kann nicht ganz besonders gut bleiben. Aber Zimmer auch. Hören auf, die Scheiße zu reklamieren. Der Ball rollt noch. Wenn der Schiri abpfeift, dann könnt ihr euch beschweren. Oder wenn die Situation rum ist. Da hätte der schon in der ersten Situation, mitten im 16er, hätte er schon direkt schießen können. Haben wir wieder Glück gehabt. Aber das war wie bei dem 1-0 für Nürnberg. Letzte Woche. Da war Tomiak auch auf einmal so hoch gestanden. Obwohl Nihut schon da war. Und dann spielt natürlich der von Nürnberg den Ball in die Tiefe. Wo Tomiak hätte stehen müssen. Steht der Gegenspieler halt komplett alleine da und macht das Tor. Ich würde ja sagen, Tomiak ist ein guter Sechser. Aber wenn er da gerade nicht spielt, hat er gar nichts zu suchen. Und es fällt jetzt in den letzten 2-3 Spielen schon etwas auf. Also völlig respektlos an einem gewissen Philipp Lahmbeck in Kielstadt. Ja, sie juckt wieder. Ich hoffe nicht, dass es ein Zeichen ist. Das war nicht jetzt mal auch ein Zeichen. Wow. Und nächste Abschlusschance. Der war auch nicht schlecht geköpft. Da wäre jetzt Luther auch nicht mehr rangekommen. Warum geht den keiner an? Warum darf der sich da bewegen, ohne dass da jemand hingeht? Ja, Herrscher kommt. Jetzt fehlt es aber in dem Zentrum. Hoher Ball wieder in das 16er. Oh, wow. Keine Bewegung. Dass man mal einen Doppelpass spielen kann. Auf die Außen dann wieder zurück. Ist irgendwie alles zu wenig grad. Rapp ist auch irgendwie gar nicht da. Der einzige, den ich im Zentrum sehe, ist Clement. Uff. Und der hat keine Möglichkeit mehr. Niemand gut spielen kann, außer hinten hinwürdig. Wenn jemand was wissen will. Dennis weiß alles. Dennis hat immer die Antwort. Da sehen wir nochmal das Tor. Ganz ekelhafter Ball. Richtiger ekelhafter Dropkick. Er kann Loot und machen was er will. Spiel doch den Clement Rapp. Warum dauert das so lang? Ist das wieder alles so eng? Da wird den Ball so lang am Fuß gehalten. Nervt. Komm weiter, bleib dran. Wieder viel zu weit weg. Komm, Jaka. Aber Arminia macht zum Glück nichts draus. Es dauert alles wieder viel zu lang, bis der Spieler sich vom Ball trennt. Und es ist grad echt egal, wer es ist. Der Clement bietet sich grad an im Zentrum. Rapp läuft mit dem Ball auf Clement zu. Mach das noch enger, als es schon ist. Dann kommt noch... Weißt du, das ist... Spiel... Du musst ja nicht mit dem Ball zu ihm laufen. Deswegen kann man ja passen. Spielen zum Clement. Clement kann wieder prallen lassen. Oder woanders hin spielen. Nee, dann... Warum laufe ich mit dem Ball? Ist das ein Staffellauf? Oder was ist das? Ja, es kann echt nicht sein, dass... Ja, ohne Kraus hat nichts laufen. Ja, ich weiß auch nicht, was mit dem Tomiak los ist in letzter Zeit. Der bewegt sich ja überall da, wo er sein soll. Ich glaub, grad war er auch schon wieder nicht da hinten drin. Aua. Zuordnung ist irgendwie grad nicht da. Jetzt seh ich wieder Nihus hinten drin. Wo ist denn jetzt Tomiak? Ah, schade, dass Herrschlein durchkommt. Das ist... Ey, Leute, seid mal wach jetzt da hinten! Bormut! Was ist das? Bormut glaubt ihr, die Kugel sicher zu haben? Nee, da muss man nicht rufen, dass ein Gegner kommt. Das ist sowas von klar, dass da der Gegner kommt. Die wollen den Ball. Ganz einfach. Nee, das sind... Das sind... Das sind Basics. Das sind einfach Basics. Du kannst so net ne halbe Stunde warten. Mh, mh. Mh, mh. Okay. Kann ich nicht spielen, wenn net? Weckpolze. Fertig. Wetter ja ungern gegen Spieler, ne? Aber das geht halt gar net. Das grad Bormut, das geht gar net. Es ist halt echt traurig, dass... Wenn ein Spieler da hinten drin fehlt, dass dann gar nichts in der Abwehr läuft. So, Zucki holt sich den Ball. Jetzt aber mal abge... Dauernd der fast zu... Oh, schöner. Schade. Gibt's nen Eckball? Tuck, 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 tuck. Alles andere als... Schön von Clemens. Oh mein Gott, die kriegen als Kinder auf den Platz. Das ist unfassbar. Was ist mit dem Fußball passiert? So, 30 Minuten sind rum. Was war das jetzt von Bormut? Bormut ist irgendwie... Der ist... Der ist nicht da. Wieder ein weggefauschter Ball ins Zentrum von Lute. So, okay, mach was. Komm, mach was. Genau. Komm, mach was. Komm, den hast du noch? Ja, schön durchgesetzt. Auch mit Hilfe vom Gegner. Eckball. Einmal Ausrufezeichen, Applaus für Zucki. Schöne Ecke. Schade. Und so cool. Hätte vielleicht auch direkt auf Zug legen können. Plattenwechsel gelingt gar nicht. War das Tomjacke. Ist es nicht der Tag des 1. FC Kaiserslautern? Waren die gestern alle unterwegs oder was ist da los? Schöne Grätsche. War gar nichts. Was? Oma haben wir die Pommes. Das wäre halt ein Kandidat, ne? Bürger wäre ein Kandidat. Komm, O poco schön. Oh, schade, so ein Fuß dazwischen. Aber wir haben immer noch den Ball. Schöne Flanke. Ah! Gleich zwei verpassen wir ja schon. Ah, Zeit. Ah, macht das Ding rein! Ah! Das war eine schöne Flanke, ja. So, Eckball für uns. Diesmal Scheiß-Ecke von Clement. Wir drehen euch Richtung Ball. Clement. Schön in den 16er. Nein! Ah! Ah! Macht das Ding rein! Also wenn Clement die Möglichkeit bekommt, ist es halt Wahnsinn, ne? Schade, dass der Herrscher den Entscheid platzieren kann. Aber wir sehen, wir sehen was. Lassen wir es so stehen. Wir sehen was. Für die Arminia wird es wichtig sein. So, jetzt kriegen wir Oberwasser. Jetzt ist das Momentum bei uns. Ein Wurf für uns. Komm, werfen auf die Brust von Okoku, dass er den wieder zurücklegen kann. Kommt sie mal schneller. Es dauert zu lang. So, jetzt muss er nicht wieder hin und rufen. Seitewechsel ganz schnell. Komm, Clement. Nee, 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 nee. Ja, okay. Hast du noch mal Klick, ja. Komm, nimm kleine Clement mit. Nicht zum Clement laufen. Komm, ja. Meine Fresse. Auf Opopo. Komm, spring direkt. Ja, Eckball. Weiter geht's. Immer noch heiß. Gerzim, 16er. Last Boy dran, genau. Komm, Tomiak. So ein Wüster. Ja, Zimmer. Wieder rechts raus, aber ganz vorne rechts raus. Aber zu viel kommt nicht dran. Gerade so noch im Feld. Und dann ins Aus. Ei, 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 ei. Genau. So, Clement. Ein Schuss. Ein Tor. Hui, weg mit. Ah, nicht so hässlich, Herrscher. Mensch, ins Kina. Warum? Komm, bleib dran, Clement. Ja, Eckball, schade. Der Kerl darf mir gern die Wohnung sprayen. Der hat's auf jeden Fall drauf. Wird wahrscheinlich aber auch geier wie Sau. Der Typ hat's echt drauf. Was macht denn der Loot? So eine Minute Nachspielzeit ist jetzt rum. So, ich würde sagen, ich gehe mal ganz schnell auf die Pipi-Box. Und ihr könnt ja mal euren Eindruck von der ersten Halbzeit schon mal in den Chat tippen. Und in der Zeit kann vielleicht AB auch schon mal in den Discord kommen. Auf geht's. Mein Tipp ist noch drin. 3 zu 1. Auf geht's. So, ich bin ganz schnell auf dem Klo. Ich bin gleich wieder doof. Eine Ewigkeit später. So, da ist er wieder. So, ich möchte, bevor ich jetzt gleich AB dazu schalte, der jetzt gerade auf dem Discord gejoint ist, möchte ich noch mal einen kurzen Aufruf machen zur Halbzeit mit YouTube. Und zwar, mein Kanal kann noch ein paar Abonnenten vertragen. Und vor allem ein Like auf die letzten beiden Videos, bitte. Okay. Und wenn's geht, einen kurzen Kommentar. Reicht noch, wenn ihr einfach Teufels-Emojis, Herzen oder sonst irgendwas reinballert. Ist immer gut für den Algorithmus, hab ich mal gehört. So viel dazu. Und jetzt schalte ich mal den AB dazu. Hallo und herzlich willkommen, AB. Erste Frage, wie geht's dir? Willst du deine Analyse beginnen? Wunderschön, gut. Nello, chat. Also, dir geht's einigermaßen in Anbetracht dessen, was passiert ist. Und deine Halbzeitanalyse ist typisch FCK. Genau, richtig. Ich bin halt unfähig, so sieht's aus. Ja, was ist denn passiert? Ja, ich und Kollegen waren in der Weststadt, also schon lange, bevor alle auf dem Bett sind, wieder auf dem Bett gewesen, haben wir Papier schon getrunken. Stehen an der Westaar, holen langsam die Dauerkarte raus. Wollen sie gerade rausholen, der holt seine kleine Tasche raus. Ich hab's dann gegeben, weil ich weiß schon, wie sie ist, Kerl und Latz in der Hose. Gibt's nicht so viel. In dem Moment macht's geratsch, umhänge, umhänge, umhänge Tasche, genau. In dem Moment macht's geratsch, rennt einer vorbei. Lauter Klammer da, toll, kannst du natürlich rennen wie du willst, und hat die Tasche geklaut. Geld drin, Bankkarte drin, Tauerkarte drin. Geld und Bankkarte ist ja erstmal scheißegal. Ja, ist scheißegal, in dem Moment will ich nur ein Spiel. Der ist gleich nachher, Pfalz kennt, also mein Kollege kommt nicht, weil der hat's mit dem Knie. Ich eigentlich da, weil ich wollte mir nachher, aber in Rot verlierst du dann sofort bei, was weiß ich, wie viele Tausende rumrennen. Der ist gleich zu der Polizei, dann sind wir an den Ticketschalter, haben das Ticketsperre los, die waren aber in dem Moment schon drin. Ja, die sind aber mittlerweile nicht mehr im Stadion, die sind mittlerweile auf der Polizei, weil die wurden verhaftet. Die wurden tatsächlich im Block eben kurz nach dem Spiel losgegangen. Ehrlich? Wie haben sie sich kunden? Da mein Name auf der Dauerkarte steht, und ich direkt am 9.2 unten vom Block stehe, und mein ganzer Fanclub da stehe, und nur noch die Leute neu dürfen, die da auch stehen, und man sich kennt im Block. Und da, wenn wir zwei U-Bekannte rein sind, mit einer Cup, die ich beschrieben habe, weil ich bin Football-Fan, ich erkenne den Raiders Cup auch von hinten, und ich glaube, da hat er den Raiders Cup aufgehauen. Das habe ich das Einzige, was ich noch gesehen habe. Ach so, ah, okay. Und somit, dann hat er mein Zwischstück auf dem Fanclub, die ganze Zeit den Blockbeobacht, der Eingang, ist dann hoch zum Ordner, und hat gesagt, so, die zwei haben eine gelaunte Dauerkarte. Die Dauerkarte sind jetzt gerade im Besitz, auch wieder von meinem Fanclub, die kriege ich die Tage wieder. Ja, und alles andere auch noch da, oder haben sie das einfach fortgeschmissen? Alles do, alles drin. Selbst Spargeld ist noch komplett. Die haben Cancell in der Ausgabe, sind die blöd. Krass. Ja, dann ist ja eigentlich, bis auf, dass du jetzt wieder daheim bist, glücklicherweise war ja Taxi auch noch da, ne? Ja, war ein Zufall, dass man... Da habt ihr echt nochmal richtig Glück gehabt, weil, jetzt mal abgesehen, jetzt mal von der Dauerkarte, hätte ich ja bestimmt einen Ersatz bekommen, aber du wärst ja dann auch Bankkarte, Neuvertragen, Ausweis... Ja, die müssen wir jetzt nur wieder freischalten lassen, die Bankkarte. Ja, die Bankkarte habt ihr auch direkt gesperrt? Ah ja, natürlich, wir haben sofort bei der Banker Dinger angerufen. Soweit hätte ich es gar nicht gedacht, ich hätte es nur an Dauerkarte und bla bla gedacht. Ja, du hast das Bankgeld, bankenlose Karte bezahlen, wirst du? Das ist gefährlich, Alter, weil du musst nicht viel mehr rein, ich käme alle, und da ist die Kohle gleich vom Konto, Alter. Im Fanshop, ich habe mal das Trikot, das Trikot, das Trikot und ich denke mir, ja, wollte ich auch, du... Stimmt. Ja, super. So, jetzt genug von mir, jetzt gehen wir aber mal wieder aufs Spiel rein, oder? Ja, äh, ja gut, ich meine, ähm, die anderen haben wohl nicht so viel zu sein. So, Topaz, hi, wie geht's dir? Heute leider nur Lurken dabei, haben Besuch. Drücke trotzdem die Daumen, Dankeschön. Wir haben dich schon vermisst vorm Spiel. Ja, aber... Bin ich heute der mit der dickste, oder? Mit 4-0, ja. Moment, ich mach die Musik nur wieder leiser und mach's geil wieder laut. So, dann... Warte, also dein YouTube-Video ist nebenbei richtig geil worden. Danke. 45 habe ich mal aufgeguckt, du Riesig. Es wird halt sein Körmager, ja. Und wenn nicht, gibt's dir noch die Verlängerung. Wir sind heute im... Popoku ist raus, okay. Ja, der war heute leider nicht so gesendet. Im Herrscher hat mir auch nicht noch mal gezeigt, wie es so aussieht. Ah, ich komm auf das Trikot hin klar, ne. Das ist enttäuschend. Langweilig. Ich schätze mir das Musch da, wo auf dem 98er Trikot ist. Da war doch da der Deibel so Ding, dann das Logo, das Deibel's Logo. So, das Musch da noch mal drin. Das wär geil gewesen. Nee, da gibt's noch mal... Ich glaub, das war ein Aufstieg, da gab's noch mal so eine Grafik mit den Köpfen, wo zum Beispiel Beut so schreit, Emotionen und so, und von den anderen auch. Wo so ein bisschen ineinander photoshoppt wurde. Das hätt ich mir in dieser Art, hätt ich mir das gewünscht, von den, äh, also vom Olaf-Marschal und so weiter, was ich mein, so... Boah, ja, mir seid zwei Finger hochhebt. Aber, du hast das Bild... Oder der Fall kriegt sie ja. Das Bild, das sieht aus, als hätt es mein Sohn als Bügelbild ausgedruckt und einfach drüber gebügelt. Fertig. Das ist einfach billig. Meine Mutter hat gekocht, ob ich's hab'n will mit den 24, weil dieses Trikot hab' ich tatsächlich hier hängen. Das hab' ich nämlich zum Sorg hatte, mit Unterschrift vom Kopf drauf. Und die hat gesagt, so zu Weihnachten, ob ich das hab'n will, und im Kopf dann schreibe, und der hat dann genau die Unterschrift. Ja, kann's machen, aber ich würd auf jeden Fall 100 Euro ausgeben. Ja, das mit der Neuauflage des alten Trikots, das hab' ich jetzt schon so oft gelesen, macht aber keinen Sinn. Das war nämlich noch von Adidas. Oh, scho, Mute. Und dann... Dann macht's auch nur Sinn, wenn du nochmal den Sponsor draufmachst. Und dann müsst ihr aber dann auch Crash-Hips in die, ähm, Leistung gehen. Auch sehr unrealistisch, ne? Nur mit dem richtigen Sponsor vorne würd's dann insgesamt auch Sinn machen, ne? So, Eckball Bielefeld. Das Zimmer macht schnell. Komm, links außen, schneller! Genau! So, kommt jetzt die Flanke. Kommt sie jetzt! Boah, der zieht ab! Schade! Komm, bleib dran! Aaaah! Aaaah! Schade, wenn der durchkommt. Nur der FCK, so sieht's nicht mehr aus. Und dann zahlst du so viel Geld für dieses Sch***-Abo-Moschee. Dann können sie das Abo auch für 15 Euro anbieten. Schade! Ah, der hat Dinger vorbei und wir machen nix draus! So, Eckball. Ne, man, bringt das Ding! Wir müssen immer mal jetzt so drei, vier Minuten nur noch ein gegnerisch. Oh, schöne Aktion! Da ist hier nur noch keiner. Ja, schade eigentlich. Krausi fehlt. Egal wo, bei Eckballen, in der Abwehr, alles fehlt. Wenn der da nicht da ist. Das muss Gelb gewonnen. Ja. Das muss Gelb gewonnen. Also, ja. Dankeschön, Juri. So, was gibt's jetzt? Boah, Tredak von Arminia Bielefeld und da noch ein Gelbi. Bormut raus. Wer ist rein? Ah, Bülling. Ah, komm, weiter! Elfmeter. Nein! Was? Ich will die Wiederholung sehen. Boah, Bülling direkt erster Ballkontakt, Elfmeter. Doch! Doch! Ganz ehrlich, das ist wieder ein scheiß Elfmeter und es kotzt mich an. Das ist... Der muss nicht hebeln, der tritt ihn voll in die Arminia Bielefeld. Naja, klar. Erst im Moment dachte ich, ja, okay, Ding nicht. Der spitzelt den Ball weg und kriegt das Ding hin in die Achillessehne neu gerammt. Wenn das jetzt nicht überprüft wird, ne, dann dreh ich hier aber langsam mal am Rad. Ja, doch. Double nicht so viel geht das auch gut um Pfeil. Boah, der wär schon wieder wild. Wird überprüft. Der nächste 5 Sekunden zählen, bitte noch. Sorry, also wenn er den nicht gibt, dann... Dann bin ich auch derjenige, der sagt, ich will der VAR weg haben will. Ne, ich fand den eigentlich gut. Ich mag das. Ich finde das bei den Amis so geil, wo wirklich... Weil da kann es echt um Sachen gehen, die wichtig sind. Aber da muss man es auch richtig machen. Ja, bis dann ist es aber... Ja, das ist ja... Sagen Sie jetzt mal wieder, wenn ich Football gucke oder Football spiele. Die können das einfach. Eine Ewigkeit später. Na jo, na jo. Wenn das kein Elfer ist, dann sorry. Soll es retten mit einem Schimmister? Warum rett der jetzt einen Schimmister? Geh zum Scheißmonitor! Also im Stadion kriegst du jetzt erst ungefähr eingeblendet, dass du es überprüft hast. Ach du, jetzt ist es vor der Abseits. Jetzt wird es geprüft, ob es vor der Abseits ist. Ne, ne. Der hat nicht dem Abseits. Doch, der macht das... 100 Pro macht der Abseits raus. 100 Pro macht der Abseits selber raus. Wir überprüfen die immer noch. Jetzt geht er nur... Jetzt geht er nur zum Bildschirm. Alter... 5 Minuten vergangen. Jetzt geht er sich doch Abseits an. Ne, oder? Nein. Du musst noch ein paar Frames zurück, Kollege. Weil der Ball ist doch schon in der Luft. Videobeweis. Okay, Abseits. Dafür haben wir jetzt fast 10 Minuten unserer Lebenszeit verschwendet. Ohne kalibrierte Linie, ohne gar nichts. Das ist... Ich wollte gerade sagen, das hat doch der gar nicht zu entscheiden. Du musst doch die kalibrierte Linie sagen, ob es Abseits ist oder nicht. Da ist doch die kalibrierte Linie. Aber der Ball ist doch schon in der Luft. Wo stoppen ihr den scheiß Frames? So, jetzt hoch und... Aaaaah! Kommt, Beut! Mit der Faust, Junge! Das ging noch raus! Warte, Beut! Der wird schon wieder! Beut! Der Beut hat das gut gemacht. Der Torwart war noch besser als... So, Bielefeld wechselt. Nie Haus bei Lautern! Der heißt nie Hus, dass die das Hals noch nicht lernen. So, Clemens. Ja, jetzt müssen wir mal aufdrehen. 70 Minuten, komm gleich. Vielleicht muss man den Seitenwechsel ab. Der ist wieder zu lang am Ball. Oh, Nie Hus, was machst du da? Oh, Junge! Oh, das Gaspedal. Wo ist es dann? So, Beut läuft an, macht Stress. Blau, weiß, schwarz. Ja, aber das ist der einzige Stück. Ja, der Rest macht nicht mit, deswegen können wir so schön weiterspielen. Zurück in die Gegend, Arzt. Komm, hast du wieder getrunken? Ja, Starr. So, und jetzt durchreichen. Durchs Zentrum. Da war so viel Platz im Zentrum! Warum so'n Scheiß-Ball nach vorne? Ja, Clemens. Muss er pfeifen. Herrscher raus. De Preville! Oh! Schwerspitz. Let's get's los! Winning, was ist los? Bisch noch du? So, Leute. Wie wär's mal mit Stimmung im Chat? Ein bisschen powern die Jungs auf dem Platz. Der Chat vollknallen mit FCK-Emotes und Menschenrein mit vollknallen. Dann erst nur das ganze Fenster vollmachen mit Emotes und dann losschicken. Mit nur einzeln. Genauso mäni ich das. Guck mal, der Zimmer, wie er da steht und warten und drücken. Jetzt kann's schon nicht bespielen. Ja, der winkt da war, der winkt da war nicht. Ja, sehr. So, nehm ich hin, gues. Ach, ne Zimmern hat ich nicht. Schön außen raus zu dem gebilden. FAUL! FAUL! Ey! Dass die scheiß Fahnen entwinkt, das gibt's doch gar nicht! Puh! Macht er doch so! Ey! Alter, Vater, ey! Ah, schön! Glück gehabt! Schick ihn direkt durch durch die Kasse, ja! Aber egal, wir haben wieder den Ball. Der Privé macht nie Druck, verliert ihn zwar gerade, bleibt aber dran. Direkt durch, genau so muss es sein! Ah, schade! Da ist er doch, Hallöchen! Hallö allerseits! Jetzt Clemens ist schön durch. Außen macht nicht mit, aber jetzt kommt's zu langsam. Schöne Flanke von Bünning. Ah, schade! Schneller Spieler ab! Es dauert zu lang schon wieder, gibt gewill! Ja, faul! Ja! Ich hab keinen Pfiff gehört, ne? Ich hab keinen Pfiff gehört! Okay, gibt's aber Geld! So, Clemens hat jetzt die Möglichkeit, wieder versucht, Clemens, ein kreatives Zeichen zu setzen. Für eine schöne Vorlage per Freistoß. Leg doch ein Redondo auf, Mann! Tom Herc, was ist mit dir los?! Nicht von mir! Jetzt spielt aber ein schöner Ball ins Zentrum zum Redondo. Redondo auf Zimmer. Zimmer auf Clemens, der vertent ein bisschen. Hallö aber wieder ab und ganz nach innen. Warum nicht gleich weiter? Ich spiele noch vor Zimmer, komm, gib Gas! Tempo raus kurz, spielten rein, zu Redondo. Redondo scharf ins Zentrum! Heiße, warum steht der da? Zimmer hatten noch, Zimmer hatten noch. Spielen wieder, genau. Wieder zurück zu Zimmer. Oder bringt dann? Redondo, frech, ist eh voll ungewohnt. Steine Klopfen. Steine Klopfen. Genau. Schöner... Ah, zu fest Redondo. Schade. 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 Wieder gedacht. Hatten nur festgehalten. Ausrufezeichen, Applaus in den Chat für Lute. Ah, schon wieder. Lute und Feier. Der Rest von heute, zwei Spieltage noch. Das ist süß. Das sieht aus. Dann ist... Ich wär froh, ich würde nur einen Applaus kriegen, wenn ich... So, Dondo, bist du die gelaufen gerade? Also, ich gehe mal davon aus, dass es locker sechs Minuten werden. Es muss mehr sein. Es müsste ja so schon fünf Minuten geben, generell. Mit den ganzen Ein- und Auswechslungen. So, und dann noch die Überprüfungsgeschichte. Eigentlich müssten es zehn sein. Ah, Klement! Das war jetzt gut. In dem Fall, dass ich doch nie verliere. Ich gehe raus. Wir können jetzt zwei auf den. Mach doch die Mitte zu! Komm jetzt, Mammu, gemeinsam Druck! Gemeinsam Druck! Komm raus! 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 Der Einzige, der wieder anläuft, ist gewollt. Aber eben, wie du es sagst, aber ich verstehe nicht. Warum geht die Abwehr nicht gleich mit noch raus, wisch? Problem haben wir aber nicht seit heute. Schöner Ball. Komm, verlängern. Ah, schade von den Hochgenoten. Zimmer geht an. Kämmer. Lobio und Hansi, komm! Was ist mit Lobinger passiert? Twitcher Lab! Wie geht's eben, sie? Was geht denn ab? Das sieht aus, ne? Eminem für Lobio. Nö! Lobinger, komm! So, jetzt mal ändern mit einem weiten Eibuch. Vielleicht spielen die 16er neu. Ja, ja, oh! Ja, ja, oh! Das gibt noch nicht nur Eckball. So, offiziell noch 5 Minuten. Inoffiziell sag ich 15 Minuten. Schlechter Ball. Der Tomjak ist sowas von weg. Offiziell wenig zusammengebracht. Der kommt ohne Kraut. Wo ist nicht klar? Schadkowski. Der ist so verloren. Der kriegt keinen Ball an den Mann. Gar nichts. Es ist echt schade, ne? Schön rausgeköpft. Es ist kein Foul. Starke Balleroberung, Konsburg. Was macht denn raus, Konsburg? Komm, wieder nach vorne ab, Bralle losse. Alter. Hint noch das Klima, hint noch ganz kalt. Schreib mal die Leute ausrufen, um mich schon. Und da hat der Mark Litz immer gesagt in letzter Zeit in seinen YouTube-Formaten, man soll sich nicht über die Stimmung beschweren, man soll Stimmung machen. So, jetzt wieder Standard von Klement. Klement aus der Ruhe-Position. Mensch, Foto! 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 Boah, Lubinger. Lubinger färbt dir die Horde zurück. Das sieht scheiße aus. Lubinger! Jaaaa! Lubinger! Lass die Friseur, wie sie ist, Kollege! Hast alles richtig gemacht! Lass sie! Lass sie! Jetzt geht mein Maus nicht mehr. Mein Maus, hallo, Maus! Will das Ergebnis ändern. Jetzt wieder das Überprüfen, oder was? Es zählt! Jetzt! Warte, 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 wo du weitergegleitet hast. Da, komm, Lubinger! Noch eins! Ah, schade! Komm, Deprivel! Komm, bleib dran! Jaaa, kein Foul! Komm, weiter geht's! Ach, spiel doch das Zimmer! Der steht doch schön da in der Schnittstelle! Komm, das ist jetzt unsere Zeit! Immer die Schlussminuten! Ja, ist doch! Holen wir den Dreier noch! Nehmen wir den Kusse! Außer Spielen! Schöne Ball. Wuuuhh. Leute, Auslösung bezeichnet. Applaus in den Chat. Haben sie auch vergessen. Vor lauter Absatzüber谢谢. Für Lobinger müssen wir AMO applaudieren. Der hat es verdient. Die arme Sau. Ja, der hat auch gutагоutigiviert. Hat nicht abgebrochen. Der kann auch berührt. Stark. Wiederholung, ich bin der Beut, blockwürdig, guter, keiner berührt, der Henton mit Wasser abzeit. Komm, weiter, 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 bleib dran. Ja, stark, kommt in Prävis, und Koordinationsprobleme. Weiter, er hat ihn wieder. Starkes Ding, starkes Ding, haben wir wünschen nie. So, 90. Spielminute ist rum, ist schon in der Nachspielzeit. Ich habe kein Schild gesehen bis jetzt. Schöner Ball von Clemens schon wieder. Oh, Lobinger! Oh, wow! Ablage! Oh! Was beschwert denn der sich da draußen? Wollt der jetzt da für ein Foul? Hopp, sei ruhig! Ja, da muss aber hier VAR wieder sich melden. Kein VAR, okay, da habe ich. Okay. So, Lobinger macht das ganz stark. Oh, der verstolpert Beute bald. Komm, weiter, steh auf. Weiter, Beute, komm, wieder zurück, Männer. Ich habe immer noch keine Nachspielzeit. Nie im Training. Nächste Tor entscheidet. Naja, ist doch so. Schiri-Foul. Komm, Spiel, Clement. Komm, mach jetzt nicht Ahnung, so färzt. Spiele Ball. Spiel die Foul. Der hat schon gelb! Alter, aber das ist Wrestling, oder was? Mach der eh, ich geh mit. Steh, ich mach mit. Neun Minuten, das ist schon realistisch. Boah, geil, das habe ich auch noch nicht gesehen. Was ist denn das? Was ist mit dem Torwart los? Naja, weil der nicht gehärt wird von seinem Mauer-Fuzzi. Oh, 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 oh. Warum steht doch keiner nach unten? Die kennen dann hoch in die Box. Ich glaube, das wird nichts mehr an in den nächsten Treiben. Wobei, schreibt der FCK niemals ab, ne? Lautlich schicht das Tor, aber ich schiebe. Was zur Hölle ist da passiert? Aus dem Niente Enada. Aber warum beschwert sich Lute gerade so krass? Ich verstehe, man. Ich sehe nichts. Komm, spielen direkt zum Clement. Spielen direkt zum Zimmer. So, Redondo. Bring das Ding. Ah, da! Den Ball nicht mehr Kontroll. Kam die Balljungen jetzt Arkel. Ja, Ablage! Du wolltest der FCK nicht raus aus dem Schiff. Du wolltest das zu schär machen. Aus, aus, vorbei. Nummer ist durch. Last, 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 last. Ist das ärgerlich. Am Ende können wir halt echt froh sein, dass es bei uns echt um nichts mehr geht, so, ne? Um das Ganze abzuschließen. Keiner bekommt heute Punkt. Leider. Was soll ich sagen? Also, es bleibt so, wie es aktuell ist. Beim nächsten Spiel am Sonntag. 12.30 Uhr geht es dann hier weiter. Abonnieren drücken und die Videos liken. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Das wäre mega nice. Ich wünsche euch dann noch einen wunderschönen Samstag. Und dann lasse ich jetzt auch mal noch die Moderatoren hier bei mir auf dem Discord Tschüss sagen. Dem noch schönes Wochenende. Schönes Wochenende. So, dann wunderschönen Samstag noch. Bye, bye. Ciao. Keiner startet der Fußballjubolein. Keiner startet der Fußballjubolein. Keiner startet der Fußballjubolein. Kaisersland der Fußball-Jubilee Kaisersland der Fußball-Jubilee Kaisersland der Fußball-Jubilee